Auch in 2020 sind Deutschlands Schlussmänner in Top-Form. Das sind die besten Paraden des Monats Januar. Die 1. David Mlakic von Beton Boys aus München macht mit dieser krassen Reaktion seinem Teamnamen alle Ehre. Parade 2. Selbes Spiel, andere Seite. Javad Esfandiari von Futsal Nürnberg steht seinem Gegenüber in puncto Reflexe in gar nichts nach. Nr. 3. Wenn sich selbst Mega-Talent Yusufa Moukoko an dir die Zähne ausbeißt, weißt du, dass du richtig was kannst. Nahuel Noll von Hoffenheims U19 zeigt hier genau das. Parade Nr. 4. Fehler können passieren. Umso besser, wenn man sie wie HSV U17-Keeper Luca Föckmann wieder ausbessert. 1 aus 4. Ihr habt die Wahl. Jetzt abstimmen und mitmachen. 2 aus 5. 1 aus 5. $5. 2 aus 6. Chof4L1V�. 3 aus 7. 24. 75.